Musik 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 Doktor. Hallo. Du bist wieder jung. Dir geht's gut. Hast nicht mal ein anderes Gesicht. Es hat angefangen. Ich kann's nicht stoppen. Das ist nur der Neustart. Ein ganz neuer Regenerationszyklus. Es dauert etwas länger. Ich fahre mich noch ein. Alles verschwindet einfach. Alles, was du zu sein scheinst innerhalb eines Augenblicks so wie Atem auf einem Spiegel. Es wird nicht mehr lange dauern. Er kommt. Wer kommt? Der Doktor. Du. Du bist der Doktor. Ja. Und der werde ich immer sein. Aber die Zeiten verändern sich. Und ich muss das auch tun. Amelia. Wer ist Amelia? Das erste Gesicht, das dieses Gesicht sah. Wenn man darüber nachdenkt, verändern wir uns alle. Wir alle sind die unterschiedlichsten Personen im Laufe eines ganzen Lebens. Und das ist okay. Das ist gut. Sei ständig in Bewegung. Solange du all diese Personen, die du mal gewesen bist, nicht einfach vergisst. Ich werde nicht eine Zeile von dem hier vergessen. Nicht einen Tag. Das schwöre ich. Ich werde niemals die Zeit vergessen, in der ich der Doktor war. Zalom, der Mann. Gute Nacht. Nein, nein. Bitte ändere dich nicht. Nein. Nieren. Ich habe neue Nieren. Die Farbe ist nicht gut. Von deinen Nieren? Mein Gott, was ist los? Glaub, wir fallen runter. Und auf was? Ruhe bewahren. Nur eine Frage. Weißt du zufällig, wie man dieses Ding fliegt? Das war's für 2 Stück. Das war's für 2 Tage. Vielen Dank.